Yo Leute und damit herzlichst Willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Wir spielen heute eine kleinere Bedrosse oder zweiere Bedrosse. Mal gucken wie es läuft. Und zwar auf der neuen Map Pixel. Kennen wahrscheinlich viele von euch sogar noch nicht. Ist eine neue 8x1 Map, haben sie eingeführt. Ich finde die Map mega geil. Ohne Witz, ich finde diese Map so geil. Du kannst hier so gut spielen, auch mega gut rushen und so. Da muss ich wirklich mal Probs ans Revitim rausgeben, dass ihr diese Map angeschafft habt. Und lol, kann es sein, dass der Typ hackt? WTF? Anti-Reduce-Plugon? Ich dachte da fliegt man ein bisschen mehr mit der Hand. Anstatt das bisschen da. Naja Leute, heute... Genau. Heute soll es mal um das Thema Badline-Client gehen. Und zwar ist ja so ein Client rausgekommen, den kannst du haben. Und damit kannst du halt immer sagen, du bist legit, du hast keine Hacks drin. Die Stars, wenn du gebannt wirst, kannst du dich direkt wieder entbannen lassen. Weil die Leute sehen, okay du hast mit diesem Client gespielt. Das soll auch auf sauvielen Server jetzt bald eingeführt werden. Irgendwie habe ich gehört. Nur trotz dessen meine ich, dieser Client, klar der zeigt, okay du hast keine Hacks drin, du kannst keine Hacks drin haben. Und sauviele denken jetzt auch, ja es wird dadurch nie wieder Invis-Hacker geben. Die Zahl der Invis-Hacker wird mega rapide abfallen und wir werden kaum noch Invis-Hacker treffen. Da kann man sich ja auch irgendwie verifizieren. Dann hast du beispielsweise ein Häkchen dann in der Tablist hinter deinem Namen hast. Wo der Mod beispielsweise dann sieht, okay du bist mit diesem Client, bist du am Spielen. Und der dann direkt weiß, okay du hackst nicht, du bist auf jeden Fall zu 100% legit. Junge, wie hoch willst du noch? Ja, komm. Als ob er nicht gestorben ist. Was? Was war das denn jetzt? Als ob er nicht gestorben ist. Das war es ein Lacker. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. So, in der zweiten Runde angekommen. Weil, Leute schaut mal, sagen wir, die Server sagen jetzt wirklich, okay, ihr braucht diesen Battle-Line-Client, sonst dürft ihr nicht spielen. Oder sie sagen, wenn ihr den Battle-Line-Client habt, wäre es sehr vorteilhaft für euch. Beispielsweise. Oder gehen wir wirklich davon aus, sie sagen, ja, wenn ihr den Client nicht habt, dürft ihr auf unserem Server nicht spielen. Sagen wir wirklich, das sagt irgendein Server. Erstmal, dieser Server würde so rabiade an Spielerzahlen verlieren. Ich wäre auch ein Typ, ich würde auf mein Laby-Mod nie verzichten, um mit einem anderen Client zu spielen. So, das könnte ich einfach nicht machen. Ich liebe meinen Laby-Mod, Leute. Ohne meinen Laby-Mod, nee, da wäre das Leben einfach nicht geil. Und ich denke, ich bin da lange nicht der Einzige, der diese Meinung da zu Laby-Mod oder zu diesem Battle-Line-Client vertritt. Mach nicht diesen, Junge. Ey, was, warum, warum können die Leute denn heute alle so weit runterfallen und sie bekommen wirklich scheinbar komplett gar keinen Schaden, Alter? Erstmal, der Server würde sonst so viele Spielerzahlen verlieren, schon klar. Trotz dessen, dieser Client würde doch nicht die Minecraft-Server legit machen. So, wenn, wenn jemand hacken würde wollen, dann könnte er hacken. Wenn, wenn das, wenn, wenn er wirklich obviers reinhacken will, dann kann er das machen. Egal, da scheiße auf diesen scheiß Client. So, das ist doch in dem Moment kackegal für den Hacker. Und vor allem obviers Hacker werden da erst recht kommen und meinen, ja, äh, ist mir doch egal, ich brauche diesen Client nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich werde mal runterspringen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, nur ich glaube, den Client kann man ja jetzt erst immer noch, nur noch für, äh, 10 Euro kaufen. Und den sollst du ja jetzt bald kostenlos geben. Jetzt würde ich mir diesen Client eh noch nicht downloaden, weil ich werde doch keine 10 Euro dafür ausgeben für einen Client, den ich mir bald kostenlos holen kann. Wisst ihr so, das ist doch... So, wow, jetzt bist du auch tot. Sehr gut. Leute, GG auf jeden Fall an die, gegen die ich jetzt gefightet hab. Läuft grad ganz gut von den Runden Gameplays sehr, muss ich sagen. Ich meine auch, keine Ahnung, ich hab den Client jetzt bis jetzt auch nur in Videos gesehen. Nur irgendwie fand ich ihn immer, der war für mich, in meinen Augen, war der saukompliziert aufgebaut. Ey, wenn ich die Runde jetzt noch verliere, das wär ein bisschen sehr bitter. Ja, komm, stepp. Wisst ihr, ich geb in der ersten Runde ein R-Hit vor mein Bett. Gegner fliegt auf, auf meine Insel. Ich geb dem zweiten Gegner vor mein Bett ein R-Hit. Er fliegt auch auf meine Insel. Ey, Mann, was, was ne Rottscheiße, Leute. Ich würd sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. So, nächste Runde. Ich möchte jetzt erstmal gar kein großes Thema mehr so anschneiden. Schließlich, für ne 8x1 Runde würde die Zeit einfach viel zu lang, Leute. Und ich würde das Video nicht unnötig strecken. Wie gesagt, Leute, meiner Meinung nach, dieser Badland Client ist schön und gut. Vielleicht spielen ein paar Leute damit. Nur ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass dieser Client irgendwie Minecraft Legend machen wird. Beziehungsweise Leute wirklich sagen, okay, ihr braucht diesen Client, sonst dürft ihr auf dem Server nicht spielen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dieser Client irgendwie die Invis-Rate der Invis-User verändern wird. Und daher war es jetzt noch ein kleines Statement in der kleinen Runde 1x1. Ich würd sagen, bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch und genießt die Sonne draußen. Ciao.